Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schröcks Fernsehgarten. Es ist Dienstag, der 10.02. und hier ist das Programm des heutigen Tages, was immer wie immer beginnt. Mit dem Bodentipp um 19.30 Uhr heute gibt es wieder mal das Nerdquiz. Ich bin ja schon gespannt. Gregor hat mich ja schon vorgewarnt, dass ich auf jeden Fall auch irgendwie mal als Kandidat da auftauchen soll. Ob es heute passieren wird, kann ich leider nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall irgendwann der Fall sein. Ich habe aber auch schon gehört, dass Simon und Nils nochmal ran dürfen, was ich ein bisschen ungerecht finde, meiner Ansicht nach. Kann ja nicht jeder den Promi-Bonus haben. Aber es wird bestimmt wieder lustig, es wird bestimmt wieder schwierig und es wird bestimmt auch wieder hitzig, denn die eine oder andere Frage darf man ja doch mal gerne anzweifeln. So, aber dann, weiter geht's. Um 20.15 Uhr beginnt heute auf ProSieben The Flash. Eine Serie über den schnellsten Mann der Welt, der so schnell rennen kann wie der Blitz, weil ein junger Mann auch wirklich von einem Blitz getroffen worden ist und jetzt nun halt feilschnell durch die Gegend rast, um das Böse zu bekämpfen. Meryl Sheep, bleib hier. So, ja, da ist jetzt quasi Start der ersten Staffel auf ProSieben. Ich habe es noch nicht gesehen, ich fand den Trailer bisher nicht wirklich überzeugend. Ich fand es ein bisschen zu billig und zu bunt, aber ich habe von Dennis gehört, der sich das schon angeguckt hat und doch relativ angetan war, dass es halt wirklich genau das Richtige ist für Leute, die halt wirklich auf bunte Superhelden stehen. Ich will jetzt nicht sagen billig, aber auf bunte Superhelden stehen. Ich werde es mal angucken und werde danach entscheiden, ob ich das auch weiter gucken möchte. Und danach, um 21.45 Uhr startet auf ProSieben die neue Serie Gotham, die quasi, wie soll man sagen, die Jugend, ne, die jungen Jahre des James Gordon, des Polizeiinspektors, der Batman treu und loyal zur Seite steht, werden da geschildert und auch da, ja, ich habe bei Twitter ja mal gefragt, so, hey Leute, ne, der, der, äh, möchte gern James Dean aus Osi California, den ich wirklich in Osi California nicht mochte, weil er nichts anderes gemacht hat, als seine Stirn in Falken zu legen und, äh, mit den Augenbrauen, die Augenbrauen nach oben zu ziehen und blöd in die Gegend zu gucken, ähm, und nicht wirklich viel gesprochen hat. Ich mochte den einfach nicht bei Osi California, es tut mir leid, ich fand auch nicht, dass er da eine wirklich gute Leistung abgelegt hat. Aber der spielt hier halt den Jim Gordon und, ähm, ja, geht halt in Gotham auf Verbrecherjagd. Und hier und da findet man immer mal wieder so, ähm, sag ich mal, Personen und Figuren, die erst im Laufe von Batmans Dienstzeit quasi zu wirklich großen Gangstergrößen oder Oberbösewichten angewachsen, herangewachsen sind. Unter anderem spielt der Pinguin ja wohl immer eine Rolle, äh, gute Rolle. Was ich auch gehört hab ist, oder gelesen hab, ist, dass Jada Pinkett-Smith ziemlich, äh, innervierend sein soll. Ich weiß es nicht. Ich geb dem Ganzen jetzt eine Chance, ich guck mir das an. Und auch hier, wenn mir die erste Folge jetzt irgendwie zusagt, werd ich mal ein bisschen weiter reingucken. Viele von euch haben ja gesagt, dass es sich lohnt, man sollte halt hier und da ein paar Abstriche machen. Das möchte ich jetzt einfach auch mal so weitergeben, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein großes Urteil drüber abgeben kann. Ich werd's mal angucken und dann schauen wir weiter. Was ich aber empfehlen kann, ist um 20.15 Uhr auf RTL Nitro, Copland. Ja, äh, da geht es so quasi um einen, äh, ja, um den Sheriff einer, ähm, ach, wie soll man das nennen, ey? Also, im Film wird's, glaub ich, Schlafstadt genannt. Ähm, das ist eine Kleinstadt vor einer etwas größeren Stadt und die ganzen Polizisten der größeren Stadt leben halt dort in dieser Kleinstadt, weil sie da ihre Ruhe haben und weil da nichts passiert und weil sie da halt ihre Familienidylle irgendwie aufbauen können und so weiter und so fort. Hier ist der einzige echte Gesetzeshüter, der halt auch wirklich da seinen Zuständigkeitsbereich hat, Sylvester Stallone. Und der kriegt halt mit, dass, ähm, seine angeblichen Kollegen, zu denen er nie wirklich gehört hat, dass die einen Mord vertuschen wollen. Und jetzt versucht er halt in diesem Fall zu ermitteln, beziehungsweise kommt dann auch noch Robert De Niro und bittet ihn halt um Mithilfe. Und, ähm, wie heißt der? Äh, Heflin, so heißt Stallone im Film, ähm, ist hin- und hergerissen, weil er möchte eigentlich loyal den Kollegen gegenüberbleiben, aber weiß auch, dass es nicht richtig ist, was die Kollegen gemacht haben. Ein sehr hervorragend, auch von Stallone, gerade von Stallone, hervorragend gespielter und aber auch, ähm, ruhig, aber auch stetig zunehmend spannender erzählter Film von James Mangold, äh, wo man nicht glauben sollte, was der da damals für, für Mühen hatte, um diesen Film zu inszenieren. Und er war von Anfang an kein großer Fan von Sylvester Stallone. Er wollte eigentlich nicht, dass Stallone die Hauptrolle übernimmt, weil Stallone Interesse bekundet hatte, ja, und dann, äh, hat er gesagt, pass auf, Stallone kann in diesem Film mitspielen, aber er muss, äh, gewisse Regeln befolgen. Und das waren halt, er hat ihm so einen Regelkatalog aufgestellt, wo er eigentlich gedacht hat, okay, das wird Stallone niemals irgendwie absegnen. Äh, deswegen muss er sich dann auch nicht mit Stallone rumärgern. Aber Stallone hat gesagt, okay, mach ich. Genauso, wie du's willst. Ich mach's genauso, wie du's willst. Hat auf alle Annehmlichkeiten verzichtet, die bei einem Stallone-Dreh normalerweise sonst irgendwie dabei waren und hat diesen Film durchgezogen. Und es ist ein wirklich guter Film geworden, muss ich dazu sagen. Dann, ein auch ebenfalls wirklich guter Film, läuft um 20.15 Uhr auf ServusTV. Ein Fisch namens Wanda. Da geht es um einen Juwelenraub, äh, der ein bisschen schief gegangen ist und nun landet der, ähm, Kopf der Bande landet im Knast. Das ist auch der Einzige, der weiß, wo sich die Juwelen, die geraubte Beute quasi befindet. Und nun versuchen die Geliebte des, äh, Bandenbosses, deren Geliebter oder Zweitgeliebter, ein durchgeknallter, äh, Ami, dargestellt von Kevin Klein, der hier auch einen Oscar für die Rolle erhalten hat, ähm, der Bruder des Bandenbosses. Und, äh, ja doch, die versuchen halt quasi so an dieses Versteck, äh, beziehungsweise an die Beute ranzukommen oder beziehungsweise halt, ähm, Kronzeugen auszustalten oder einen Anwalt zu bezirzen, um so ein bisschen Informationen über den Fall rauszukriegen. Das Ganze ist ein, ja, ein großartiger, grotesker, bitterer, böser, teilweise auch brutaler Spaß geworden, der halt von Monty Python, Ex-Monty Python, John Cleese geschrieben wurde. Er spielt auch darin mit und hat auch gleich, glaube ich, Michael Palin ist das, den er mit an Bord geholt hat. Und man muss es mal sagen, in diesem Szene, in diesem Film gibt es eine Verhörszene. Calvin Klein verhört den Stotterer Michael Palin. Ich glaube, es ist Michael Palin. Ähm, und, ähm, nutzt dabei unter anderem Pommes, die er ihm in die Nase steckt. Und, äh, es gibt einen lustigen, oder was heißt es, es gibt einen tragischen Funfact zu dieser Geschichte, denn, äh, da war ein Mann gewesen, der hat diese Szene angeguckt und hat sich während dieser Szene wirklich todlachen müssen. Also, der hat halt so sehr gelacht, dass er dadurch irgendwie ein Herzkasper irgendwie erlitten hat, ja, und ist dabei gestorben. Ob das jetzt nun ein Qualitätsmerkmal für den Film ist oder ob das diesen Film adelt oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich hab das halt mal gelesen und ich fand's zumindest faszinierend. Ja, es tut mir leid für diesen armen Mann. Der litt auch unter Herzproblemen, muss man dazu sagen, ja. Also, der hatte jetzt nicht so wirklich die einwandfreie Kondition oder Konstitution. Ähm, aber, naja. Soviel dazu, wie lustig dieser Film oder wie gefährlich lustig dieser Film ist. Ich find den immer noch wieder großartig. Und was auch noch ein netter Randfakt ist, Ein Fisch namens Wander ist, glaube ich, der meist ausgestrahlte Film im deutschen Fernsehen. Der wurde so oft wiederholt wie noch kein anderer. So, dann jetzt mach ich noch schnell. 22.45 Uhr, RBB, This Ain't California. Eine Dokumentation über Skater in der DDR, der im Nachhinein so ein bisschen, äh, naja, ein paar Sachen angekreilt worden sind. Denn vieles, viele von den Bildern, die hier in dem Film zu sehen sind, wurden nachträglich angefertigt und wurden auf alt getrimmt. Also, sie sind nicht wirklich authentisch und originell. Aber, man muss sagen, okay, vielleicht haben sie halt damals keine, äh, GoPro gehabt. Und vielleicht haben sie auch damals nicht ständig irgendwie die Super-8-Kamera irgendwie mitschleppen wollen. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, um einfach mal dieses Lebensgefühl von damals zu vermitteln und zu zeigen, wie es damals war und ein paar Eindrücke zu schildern und so ein bisschen Erinnerung zu schwelgen, finde ich das aber trotzdem immer noch, sag ich mal, legitim. Und an sich ist der Film wunderbar anzuschauen, ja. Kann man auf jeden Fall gucken. Und ganz zum Schluss um 23.55 Uhr auf Tele 5 läuft noch ein Film, ein kleiner, feiner Gangsterfilm namens Black's Game. Kaltes Land. Da geht es um einen Studenten, Stebbi, der trifft nach Jahren irgendwie seinen alten Schulfreund Toti wieder. Und, ähm, das führt dann dazu, dass Stebbi in den Drogenhandel von Reykjavik einsteigt. Richtig dick, richtig groß und aber auch mit allen richtig üblen Konsequenzen. Und wer sich diesen Film anguckt und sich jetzt wundert, hm, das, Entschuldigung, hm, das wirkt doch jetzt alles so ein bisschen wie Pusher von Nicolas Winding-Reffen und es sieht so aus und die Bildsprache, die Schnitte und so und auch das Milieu erinnert alles ziemlich sehr an Pusher. Müsst ihr euch nicht wundern, der Film wurde von Nicolas Winding-Reffen produziert. Reicht zwar nicht an die ganzen, an die großen Werke des Mannes ran, aber ist immerhin ein kleiner, feiner, äh, Gangster-Thriller, wie soll man sagen, Abrechnung und, äh, äh, Milieustudie, die auf jeden Fall um die Uhrzeit für den Wochentag prima genießbar ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich bis morgen. Habt einen schönen Abend. Tschüss.